Ja drück, komm drück, frei, drück, chill Weißt du, da musst du eine Freu öffnet Ding aufzumachen, das ist doch Ach so! Oh ja, da ist eine Menge Gold drin, ne? Das da macht mir ein bisschen Angst Och ne, die sind schon tot Ja trotzdem Wer hat das getan? Die spinnen Ach so, die sind doch so schlau Anscheinend, wa? Ja, du hast ja eben die mutierten Viecher gesehen Ja, ja schon Das war immer vorher, diese kleinen Tarantylen hier Handgun ammo und Handgrenade, gib mich mal mit Die kann gebrauchbar sein, aber die Flashgrenade sind Das ist voll für den Arsch Äh, ja, wir werden Spaß haben Juhu Ein bisschen Spaß Oh, da sind ja wieder Uga Ugas Jetzt darf jeder seinen eigenen Weg gehen Oh, verdammt Komm zurück Oh man Das kann ja noch lustig werden Quatsch Green Herb Ich weiß nicht, kann er doch wieder raus, wa? Ja Ich weiß nicht, kann er doch wieder raus Ah, jetzt müsste ich eigentlich irgendwie auch ne Aufnahme starten, weißt du So, so dann parallel laufen lassen müsste man eigentlich Na, das hätte was Ja Aber das Geht leider nicht Ah, guck mal, ich hab Freunde Ah Hast schon, hast schon Freunde? Ich hab hier noch nix Ich hab hier drei Freunde und hätte ich besser die Handgranate reingeschmissen, anstatt die wegzuschmeißen Ah, scheiße Ich weiß jetzt echt gar nicht, wie ich weiterkommen soll Ist alles zu? Ich hab hier schon Freunde Freunde mit Sperren und Schilden Oh, jetzt hab ich auch Freunde Oh, jetzt hab ich auch Freunde Ah, Röms, haut er mir so den Sperr in die Nase Ich hab mir Rubin mitgenommen, haha Brauchst du Hilfe da drüben? Nein, ich brauch einen Grandel Sicherlich auch wohl Oh, Röms Krass, Alter Ich hab viel, viel Folgen Ich hab viele hier Weniger einen Zumindest einen, der nicht mehr auf die Schieße haben wir jetzt Toi, ich hab eben gesagt, ich kann nur zu zweit öffnen, was ein Scheiß Ja, ich denke mal, ich kann jetzt wieder rüberlaufen, warte Ja, ich seh dich Noch ein weniger Hallöchen So, geht's auch so gut, oder? Hinter dir ist noch einer Hinter dir war noch einer Hinter dir war noch einer Ja, ich hatte grad dieses Der hat meine Ammo fallen lassen, der Arsch Ach, das und der wieder zusammen Hast du, ähm Hier, nimm mal das Red Orp mit und kombiniere das mal Ah, was schmeiß ich denn dafür raus? Ich kann, ich kann immer mit nichts machen Ich hab alles voll Okay, Moment Ja, das ist gut Ich hab hier wieder einen Sarg gefunden gehabt, der von uns beiden geöffnet werden muss Jo, bin noch weg Feine Sandy, feine Feine Sandy Feine Sandy Ja, ich hab ja noch Bilder wo andere sich für dich bücken, ne? Hm Ähm, ähm, ähm Scht Oh, noch so'n Ding Das ist aber ne Falle Wo, wo, wo? Siehst du diese Platte? Ist das nicht so offensichtlich? Ähm, jo, mach mal einfach mal ne Leer, und tschüss Ach so Du fliegst, was ich nicht so aufzeilen Du fliegst, was ich nicht so aufzeilen Ich drück, ich drück, ich drück, ich drück, ich drück, ich drück die Schnauze, weil du, schön geschild, äh bei ihm A.A.A. Hilfe da hinter dir auch die Vermittlung nicht so schlimm ich bin die anderen wieder viel schlimmer und ich glaube komm zu retten und aus und zu öfter Schimmel da haben wir wieder Ah, wir haben mal so'n grünes Dreiecksling mit. Ah, guck, guck. Ah, Moment. Das war argt. Haha, hi! Ich geh mit den Fackeln weg, Junge. Toll, jetzt hab ich... Ah! Ich hab sie runtergeknallt. Ah, hab ich gerade gesehen. Ich geh mit den Fackeln weg, mein Freund. Ich geh mit den Fackeln weg, das ist heiß. Hat der noch mal bei dir nie beigebracht, nicht mit Feuer zu spielen, oder was? Haha, hallelujah. Du stellst ja doch mal auf. Was geht mit dir, Junge? Ah, hallelujah. Du stellst ja nochmal auf. Ey, hallo. Toll. Ich mag euch, wie ich ja nicht. Äh, dir kommt doch eins hinterher. Rotze Viecher, ey. So, mal hier, Flaschwein. Die Flaschwein, das will keiner. Uh, Mund, 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 Mund. So, jetzt... Ab geht die Party und die Party geht ab. Oh, ich sag! Hey, da oben ist ein dicker Kristall, Alter. Siehst du den? Ja, ja. Oh, Feuer! Uka, uka, Feuer! Alter, machen hier trojanisches Pferd, oder was? Da ist drauf. Ach, wie schön cool. Tja, das war's dann mit dem... Aber das... Der Raum hier gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Ich weiß, was mir... Ich weiß, was da noch kommt. Ja, und ich nicht. Hmhm. Umso besser. Green Hub. Knall mal den Saphir, oder was auch immer. Das ist da runter. Hmhm. Dann komm ich hier gar nicht dran. Von hier aus. Moment. Die sind ein Shotgun-Armor und so, ne? Komm, mal gucken, ob ich... Ach, von hier aus komm ich da dran. Ich glaub, mit dir das... Ich glaube, den müssen wir sogar runterballern, sonst geht's nicht weiter. Ja, siehste. Ha! Oh ja, die sind mies. Die sind richtig mies. Äh. Die machen uns, glaub ich, auch alles hier frei. Geh, wir müssen hier dran drehen. Ja, da dreht's aber nicht dran, wenn so ne Kugel auf dich zukommt. Ja, aber hier oben sind wir ja sicher. Hier ist Haufen Handler-Moon, ne? Ja, ja, ich bin grad schon dabei. Ich will grad auch alles für dich mit einzusammeln. Oh. Hast du dich erwischt? Ja, Mann. Ja, aber das gibt's doch nicht. Ich... Ich häng direkt an so ner Scheiß-Facke, weißt du. Oh, sag ich gerade mal. Hier ist noch ein Magnum-Amor. Oh, ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Ja, Volltreffer. Voll an den Ende reingelaufen. Ah, hier ist noch mehr Magnum-Amor, aber ich kann die nicht aufnehmen, ey. Fuck. Ja, da ist das Tor offen. Ich versuch mal da an der Seite noch die Magnum-Amor mitzunehmen, die da liegt, ne? Mhm. Und einen Haufen Handgun haben wir jetzt für dich mitgenommen. Oh, jetzt ist die gerade weggegangen, die. Ach, oh. Scheiß drauf. Oh, lol. Äh. Okay. Boah, bitteschön. Haha. Alles klar, läuft. Warte, jetzt erst mal... ...Changing. Na, ich hab leider jetzt nix für dich, weil die weggegangen sind. Das ist nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Ich verballerte ja, ob sie die Shotgun. Aha, da ist ne Menge Moon für. Ja. Lohnt sich am besten wahrscheinlich. Ja. Je nachdem, wo es jetzt kommt. Wahrscheinlich ein bisschen Nahkämpfer. Ja, du Schlafnütze. Um das, was weiter weg ist, kümmere ich mich ab jetzt irgendwie. Ah, ne, hier kommt ne Menge Nahkampf. Ja, aber ich glaub trotzdem, das sind eher Spinnen. Und ne Menge Fallen. Ah, war ja gar nicht aufgefallen. Lauf! Lauf! Ah, tschüss. Hä? Ich bin noch... Leck! Du musst V drücken dabei. Du musst noch nach V drücken. Gah, die Ume, das ist jetzt für mich. Ah, du kommst doch schon mit, klar. Ah, wofür. Genga, F-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S. Ich drücken jetzt nur F-V, F-V. V. Ja, ja, Habs. Warte gehts, mein Name. Ah, weiter, 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 weiter. Ah, hau! Ja, ja, Habs. Das Glück, ey. Ich hab's jetzt verflickt. Ich hab doch... Ach, musst du oder ich? Ne, ich. Ich hab's nicht ganz gepackt, ey. Okay. Fuck. Zu spät reagiert, ey. Ah, egal, jetzt läuft das. Nochmal. Da läuft. und aber er habe ich eine bekannte der kaltete hatte er da hat er weiter da kriegst du einen krampf in den arm das gibt doch nicht, ich hab doch gedrückt Alter Schwede, was ist denn das für ein Kack das ist ja hart krass scheiße Ja, die Leute da draußen, ihr könnt mich jetzt ruhig unfähig nennen, äh, ich geb's offenerlich zu, ich bin es. Alter, ich hab schon bessere Fails gebracht, glaubt mal. Du weißt doch noch, wo ich dich da die Brücke runtergeschubst hab. Ach, insofern. Ich, was soll'n das? What the? Wieso? Also anscheinend fällt da immer einer runter. Aber, ich hab, weiß nicht, ich hab A plus D gedrückt und du hast A plus D gedrückt getrunken. Ohne Sinn. Naja, nochmal. Alter, ich hab gleich einen Krampf im Arm, ey. Ich glaub, dass wir uns gerade noch lange beschäftigen. Ach, Quatsch. Das ist krass, das ist krass, mein Arm. Siehste, da fällt immer einer runter. Was ist das denn für ein Scheiß? Wie macht man das denn? Kein Plan, ja. Was ist das denn Quatsch, ey? Vielleicht A und D gedrückt halten dann? Ja, das kann auch sein. Ich versuch's einfach mal mit A und D gedrückt halten dann. Ja, ich muss das auch drücken, die wird's ja auch angezeigt. Ja. Voll aus Jump and Run Game, ja? Ja, ja. Super Mario Inc. Ja, Mann. So, jetzt A und D gedrückt halten. Ah. Ah. Machen wir's einfach mal so. Ja. Achso, springt halt über Kreuz, okay. Ja, Mann. Statt einfach geradeaus zu springen, nein. Bisschen Akrobatik dabei mit einbringen. Klar, aber wir haben es geschafft, ey. Ja, Mann, heftig. Leute, gratuliert uns. Das war das Werte. Ich will viele Kommentare lesen, äh, Super Mario, ist ey, unglaublich. Alter. Alter. Schwede, wie kann das nicht sein? Die neue Art von Schalter. Und die neue Art von Treppe. Ja, natürlich.